Hi, Markus hier vom Fahrradgeschäft Fitbikes. Wenn mir jemand vor fünf, sechs Jahren gesagt hätte, was wir heute erleben dürfen, ich hätte es nicht geglaubt. Wir sind gestartet als ein kleiner Fahrradladen in einer Sackgasse in München und heute sind wir über 15 Standorte. Wir sind hier in Bad Tölz auf dem gemeinsamen Sommerfest und wer immer schon mal wissen wollte, wer was Fitbikes eigentlich ist und was so das Besondere hier ist, der schaut sich aber dieses Video ein bisschen genauer an. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Bist du reorganizier, bitte pipe dir cuidado. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. docs bei picture. conceived. Hey, hey, hey. One, two, three, four, five, six. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey.